Sonnenbrillen. Da gibt es die modernen, aber auch die 70er Jahre Brillen. Und neuerdings auch diese Brillen, die auch als Vollvisier herhalten könnten. Naja. Fürs Bergsteigen aber ist die Form eigentlich zweidrangig. Viel spannender ist die Frage, ob es einen Unterschied zwischen 10 Euro Brillen und 200 Euro Brillen gibt. Bei Sonnenbrillen kann man sich erstmal die interessanten Kategorien anschauen. Kategorien gibt es von 0 bis 4. Bei Kategorie 0 braucht man im Prinzip auch von nicht getönten bis minimal getönten Gläsern sprechen. Hier kommt fast sämtliche UV-Strahlung durchs Glas und erreicht auch die Augen. Hingegen bei Kategorie 4 nur mehr zwischen 3 und 8 Prozent der eintreffenden UV-Strahlung auch beim Auge ankommen. Und dann gibt es mit Kategorie 1, 2, 3 natürlich auch noch dementsprechende Abstufungen. Diese Kategorien geben also die Stärke des UV-Filters an. Im Idealfall sollte man am Gletscher immer mit einer Kategorie 4-Brille unterwegs sein. Scheit die Sonne ist die Kategorie 4 die einzige Kategorie, die die Augen fast restlos vor jeglichen möglichen Schäden bewahren kann. Bei Schlechtwetter können auch Kategorie 3-Brillen in Ordnung sein. Alles darunter ist für den Gletscher aber eher nicht geeignet. Übrigens sollte man auch abseits der Gletscher den Sonnenschutz nicht unterschätzen. Schaut man immer wieder in die Nähe der Sonne um zu sehen, wo der Weg verläuft oder so, ist eine geeignete Sonnenbrille wirklich wichtig. Ist man besonders hoch unterwegs, ist es hier aber auch egal, ob man Schnee vor sich hat oder nicht, denn gerade im asiatischen und amerikanischen Hochgebirge sind Kategorie 3 oder 4 Brillen eine gute Möglichkeit, die Augen auch auf hoher Höhe zu schützen. Gut, soweit so verständlich. Aber wofür brauchen wir diese Kategorien eigentlich? Im Prinzip ist unser Auge nicht wirklich auf die UV-Strahlung im Gebirge ausgelegt. Ebenso wie unsere Haut. Deshalb kriegen wir ja auch im Gletscher viel schneller einen Sonnenbrand als unten im Tal. Mit den Augen ist es fast so ähnlich. Setzt man die Augen zu lange der Sonne oder der Reflexion durch Schnee oder Eis aus, kriegt das Auge, vereinfacht gesagt, auch einen Sonnenbrand. Im Gegensatz zur Haut kann das aber deutlich schneller sehr gefährlich werden. Die Schneeblindheit droht. Je länger man die Augen ungeschützt der direkten oder reflektierenden Strahlung aussetzt, umso schlimmer sind die Konsequenzen für die Augen. Während zu Beginn lediglich die Augen etwas erröten, kommt es in späterer Folge zu verschwommenem Sehen, Lichtempfindlichkeit und Blindheit. Viele dieser Folgen bleiben ein Leben lang. Deshalb sollte man bei diesem Thema nicht viele Scherze machen und auch nicht uneinsichtig sein, sondern in eine vernünftige Sonnenbrille für das Hochgebirge investieren. Und weil wir schon beim Thema Investieren sind… Je höher die Kategorie, umso teuer ist die Brille. Und verständlicherweise ist das keine Raketenwissenschaft. Schließlich ist auch der Absatzmarkt für höhere Kategorien deutlich kleiner als für diese klassischen Sonnenbrillen. Trotzdem sollte man bei den Brillen definitiv nicht sparen. Oftmals sieht man billige Angebote im Internet oder von unseriösen Anbietern, die mit Kategorie 4 Brillen für wenige Euro angehen. Hier sollte man definitiv skeptisch sein, denn die Produktion dieser Brillen ist ebenfalls nicht gerade billig, sodass die Preise am Markt durchaus gerechtfertigt sind. So können Brillen von etablierten Marken wie Julbo schon mal 140 Euro kosten. Diese sind aber qualitativ mit höchsten Standards ausgestattet und sind ein langlebiges Sicherheitsgut. Mittlerweile gibt es am Markt auch selbsttönende Brillen. Diese sind in ihrer Funktion genial, kosten aber auch dementsprechend deutlich mehr Geld. Wie funktionieren sie? Phototrope Gläser können sich an die einfallende UV-Strahlung anpassen, wodurch es heller wird, wenn es insgesamt dunkler wird. Hört sich zwar kompliziert an, ist aber ganz einfach. Geht man am Gletscher umher und die Sonne scheint sehr stark, dunkelt die Brille auf ein gesundes Niveau ab. In der Regel vergleichbar mit der Leistung einer Kategorie 4 Brille. Ziehen Wolken auf und hat man den Gletscher oder die Schneefelder hinter sich gelassen, hält die Brille wieder auf und pendelt sich bei der Leistung einer typischen Kategorie 2 Brille ein. Das führt dazu, dass es am Gletscher nicht zu hell und im normalen Gebirge nicht zu dunkel ist. Somit ist es eine Brille für zwei Anwendungszwecke. Wie schon erwähnt, ist aber der große Nachteil der Preis. Manche Brillen der Kategorie zwischen 2 und 4 können bis zu 200 Euro kosten. Also die Wechselbrille. Was schon eine echt stolze Summe ist. Für viele lohnt sich daher auch einfach eher eine Kategorie 4 Brille für den Gletscher und eine normale Sonnenbrille für die restlichen Einsätze. Bei der Form sollte man sich daran orientieren, was man eigentlich vorhat. Persönlich schätze ich die Vermont von Julbo hier sehr. Natürlich ist mir klar, dass sie irgendwie doof aussieht, aber zum einen sind Geschmäcker Gott sei Dank verschieden und zum anderen ist diese Form auch echt praktisch. Hier sieht man beispielsweise, dass eine normale Sonnenbrille zwar gut hält, wenn man aber ruckartig den Kopf bewegt, sie immer weiter rutscht. Mit flexiblen Bügeln kann so etwas einfach nicht passieren. Das ist gerade am Gletscher, wo man die Brille besser nicht verlieren sollte, wirklich wichtig. Außerdem sind die seitlichen Klappen bei einer solchen Brille wirklich zu unterstreichen. Denn UV-Licht kommt nicht nur von vorn, sondern auch von der Seite und kann so einen großen Schaden über die Zeit anrichten. Somit sind Brillen mit großen seitlichen Öffnungen ebenfalls nicht zu empfehlen. Also achtet man bei der Sonnenbrille am besten darauf, dass man seitlich entweder ebenfalls entsprechendes Glas oder auch eine Leder- bzw. Plastikabdeckung findet, so dass hier keine großen Spalten oder Lücken entstehen können. Dasselbe gilt natürlich auch für den Bereich um die Nase. Grundsätzlich würde ich für normale Bergtouren eine Brille der Kategorie 2 oder 3 empfehlen. Bleibt man also fern von hohen Schneefeldern und Gletschern, kann man hier dementsprechend auch etwas Geld sparen und bleibt trotzdem gesund. Für Bergtouren, die in Richtung des Höhenbergsteigens gehen, aber auch auf Touren, auf Gletschern, Schneefeldern und Co. in unseren Breitengraden sollte zumindest eine Kategorie 3 im Idealfall auch eine Kategorie 4 Brille genutzt werden. Schließlich geht es ums eigene Augenlicht. Natürlich gibt es kein richtig oder falsch, schließlich muss jeder für sich entscheiden, wie sehr man die Augen der UV-Strahlung aussetzen möchte. Und auch hier eine Kategorie 4 Brille wird nach vielen Jahren am Gletscher vermutlich nicht zu 100% geschützt haben. Aber sollte man sich über Ausrüstung und Equipment im Bergsport, egal für welche Disziplin, Gedanken machen, dann sollte der Gedanke an die richtige Brille einfach nicht fehlen. Und wie es eben manchmal so ist, entscheidet leider auch das Geld über die Qualität des Schutzes. Wenn euch das heutige Infovideo zum Thema Technik und Ausrüstung gefallen hat, ihr wisst Bescheid, dass mir ein kostenloses Abo am Kanal und ein Daumen hoch aufs Video am meisten helfen. Auf freue ich mich natürlich, wenn ihr das Projekt Alpen Academy mit einem Kaffee unterstützt. Bis zum nächsten Mal wünsche ich wie immer eine wunderschöne Zeit und Berghalt!